Die Grund- und Endnote 7,5 Wir grüßen in der Bahn den Parcours des Par 336 von Gentle Hill, geritten von Haraldsdorf. Für die 42 ist es die Grund- und Endnote 6,6 Nun in der Bahn die 118, Carapinos, geritten von Ann-Kathrin Krey, die 119, bitte bereithalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Super Das Par 336 hält die Grund- und Endnote 7,2 Assegarant Das Par 336 hält die Grund- und Endnote 7,2 Und Endnote 7,0